... müssen die Apachen sterben. Töte nur Shatterhand-tapferen Krieger der Kyoways, soll er und Apachen frei sein. Ich bin einverstanden. Wir werden die Bedingungen vereinbaren und die Pfeife des Schwurs darüber laufen. Dann mag der Kampf beginnen. Was stellt euch ein, Sir? Ihr werdet einen Gegner bekommen, der Meister im Stechen ist. Ihr habt noch nie den Meister gegen einen Inkstrang gekannt. Hört auf mich, dieser Tango hat hintergedanken. Bei einem ehrlichen und gerechten Kampf müssen die Bedingungen gleich sein. Das ist hier nicht der Fall. Bedenkt, wie verschieden sich Sieg und Niederlage auswirken. Ergabe reicht. Werdet ihr erstochen, so sterben auch die Apachen. Erstecht ihr jedoch eurem Gegner, so stirbt außer ihm kein Mensch. Ihr meint es gut, Freunde. Aber ich bleibe bei meinem Entschluss, die Freiheit der Apachen zu erkämpfen. Der Kampfplatz war bestimmt. Und in den Boden mit dem Stil eines Tomahawks eine große Acht gezeichnet, worin sich die Gegner bewegen durften. Ich warte, Herr wie Hugh, Nicht gän sich mit dem Lab tääl. Und ich mag auch nichts zu sein und tried es. Wir haben bei uns, ja wissen, dass wir prestشontmachen und sinnvoll ist. Ein Beglein? Die Maß für Koffer 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 Ze Range wird ja wirklich dasosto antag mento. Vielen Dank.